Ich tue so, als ob ein Hund auf unsere Couch gekackt hat. Schicka? Ja? Oh mein Gott, ist was richtig Schlimmes passiert? Was? Aber du darfst nicht sauer sein. Komm. Du weißt ja, Marie war gerade da mit ihrem Hund, ne? Ja. Und der hat auf die Couch geschissen. Wah, Alter! Ja. Auf auf die Couch? Ja. Laberst du, Junge, du warst das. Sag mal, Maries Hund scheiße, die macht das nicht weg, Alter. Ich kenne doch nicht die Fackform und wie das... Was laberst du? Dann mach mal weg, Junge. Mach du. Das ist doch von dir, mach mal deinen Scheiß noch weg, Alter. Guck mal, wie das aussieht, Junge. Fisch doch, Alter. Was hast du überhaupt gegessen, Alter? Das ist nicht meine Kacke. Farbe, Junge, du hast Dünne fast, ne? Jetzt weg. Was wegmachen? Stell dich nicht so an, du machst das aber auch mal auf der Arbeit. Wie ist das denn, Junge? Das ist aber ein Hund, Katja.